Hi, ich bin der Tobi und heute möchte ich euch das E-Bike E7 Full Rail 7.0 von Rayman vorstellen. Der Name Rayman kommt vom Erfinder der Marke Felix Raimundo selbst. Die Bikes werden in Schweinfurt entwickelt und designt. Rayman bietet eine Vielzahl verschiedener Fahrradtypen an. So reicht es von Kinder- und Jugendrädern über Tracking-Bikes bis zu den E-Mountain-Bikes, die alle mit Yamaha-Komponenten ausgestattet sind. Rayman punktet mit guter Qualität und Haltbarkeit. Kommen wir zunächst zum Rahmen. Der Rahmen besteht aus einem 6061-Aluminium, welcher im Hydroforming-Verfahren hergestellt wurde. Hydroforming bedeutet, dass die Rohre mit Hilfe eines Innendrucks in die jeweilige gewünschte Form gebracht werden. Der Rahmen besitzt außerdem eine interne Zugführung, so sind die Züge und Kabel vor äußerer Verschmutzung gut geschützt. Des Weiteren ergibt sich so auch ein schönes, cleanes Gesamtbild. Das Design des Rahmens findet sich auch auf dem Akku und auf dem Sattel wieder. Am unteren Teil des Rahmens befinden sich kleine Schutzplatten, die den Rahmen und auch den Motor im härteren Gelände schützen. Falls diese mal verschlissen sein sollten, lassen sie sich auch leicht wieder austauschen. Kommen wir nun zu den Federelementen. Vorne haben wir eine Federgabel der Marke Santur. Diese Federgabel ist luftgefedert und bietet euch 120 mm Federweg. Bei Bedarf könnt ihr diesen aber auch einfach sperren. Hinten arbeitet ebenfalls ein Dämpfer aus dem Hause Santur. Bei diesem ist es ganz praktisch, da ihr den hier vom Lenker aus bequem sperren könnt oder auch wieder entsperren könnt. So habt ihr während der Fahrt die Hände immer sicher am Lenker. Kommen wir nun noch zu den Laufrädern, der Schaltung und den Bremsen. Die Laufräder besitzen die Größe 27,5 Zoll und kommen vom französischen Hersteller Mach 1. Bereift sind sie mit 2,6 Zoll breiten Reifen der Marke Schwalbe. Diese breiten Reifen geben euch im Gelände durch ihr hohes Volumen ausreichend Dämpfung und jederzeit auch einen guten Grip. Die Schaltung und den Antrieb übernimmt die Kurbel von Rayman und die Schaltung selbst ist von SRAM und zwar die NX-Gruppe. Gebremst wird das ganze Rad mit der hydraulischen Scheibenbremse von Magura und zwar dem Modell MT2. Vorne und hinten habt ihr 180 mm große Scheibenbremsen, die euch jederzeit sicher zum Stehen bringen. Kommen wir nun zu einem der interessantesten Bauteile an diesem Rad und zwar dem Motor. An diesem Bike habt ihr einen Motor der Marke Yamaha und zwar aus der Modellreihe PWSE. Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften ist dieser Motor der beliebteste seiner Art. Der Motor besitzt 70 Nm Drehmoment und hat vier verschiedene Fahrstufen. Die 250 Watt des Motors unterstützen euch bei einer Trittfrequenz bis zu 110 Umdrehungen pro Minute. Das Schöne daran ist, ihr habt direkt vollen Fahrspaß, da die Leistung direkt ab der ersten Kurbelumdrehung schon anliegt. Abgeriegelt ist der Motor bei 25 kmh. Mit seinem Gewicht von 3,9 Kilo ist der Motor auch nicht sonderlich schwer und ist so leichter als die Konkurrenz. Nun möchte ich euch noch das Display und die Bedieneinheit vorstellen. Die Bedieneinheit könnt ihr ganz einfach anschalten, rechts unten mit diesem Knopf und schon ist die Bedieneinheit einsatzbereit. Die Bedieneinheit und das Display ist 1,7 Zoll groß und besitzt eine blaue Hintergrundbeleuchtung. Diese könnt ihr auch bei Bedarf wieder ausschalten, einfach mit dem mittleren Knopf. Die Funktionen, die euch dauerhaft angezeigt werden, sind die Geschwindigkeit, eure Fahrstufe und der Akkustand. Die Fahrstufen, die wir hier haben, sind High, Standard, Eco und Eco Plus. Wenn ihr noch eins nach unten geht, habt ihr auch einen Hilfsmotor ausgeschaltet. Wenn ihr den unteren Knopf gedrückt haltet, dann könnt ihr noch zusätzliche Funktionen wählen, und zwar die Kilometerzähler des Tages, die Gesamtdistanz oder auch die Kilometeranzahl, die ihr mit eurer Akkuladung noch fahren könnt. Das Praktische an diesem Bike ist, dass es eine Schiebehilfe hat. Wenn ihr das Rad mal eine große Steigung hochschieben müsst, dann könnt ihr hier einfach die Schiebehilfe-Taste drücken und das Rad setzt sich von alleine in Bewegung. Zum Schluss noch der Akku. Der Akku besitzt 500 Wattstunden und lässt sich ganz einfach seitlich herausnehmen und auch seitlich wieder montieren. Wenn ihr vorhabt, euch das Rad zuzulegen und es zu euch nach Hause geschickt wird, dann müsst ihr aufpassen, denn das Rad befindet sich bei Ankunft noch im Sleep-Modus. Das heißt, ihr könnt weder das Display noch den Akku einschalten. Um das zu beheben, müsst ihr einfach hier die Laste aufmachen und das Ladegerät anschließen. Schon ist der Sleep-Modus wieder weg. Das Gesamtgewicht des Rades liegt bei ungefähr 23 Kilo. Das zulässige Gesamtgewicht aus Rad, Fahrer und eurer eventuellen Beladung sollte 130 Kilo nicht überschreiten. Ich hoffe, euch hat die Vorstellung des Rayman E7 Full Race 7.0 gefallen. In Zukunft werden wir noch einen ausführlichen Fahrbericht dazu hochladen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr könnt uns einen Daumen dalassen. Wenn ihr noch Fragen da habt, dann schreibt diese einfach in die Kommentare und abonniert unseren Kanal. Ich bin der Tobi von Fahrrad XXL. Macht's gut!